Advent, Advent, es kommt! Mein Nerds! Mein Nerds! Halt! Ah! Mein Nerds! Ah! Mein Nerds! Mein Nerds! Mein Nerds! Ah! Lilibet! Lilibet! Ah! Los! Los! Jetzt soll jemand das Vieh nehmen! Los! Los! Du, mein Gamm, kannst du nicht dauerlassen? Loslassen! 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 Gebt ihn her! Gebt ihn her! Loslassen! Oh! 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 Das war's. Na, das zu reparieren ist. Ich hoffe, du hast eine gute Haushaltsversicherung. Was ist denn daran komisch? Nix ist komisch. Eine Schande ist das, eine wahre Schande. Das waren die letzten Weihnachten, die ich mit euch verbracht hab. Dass ihr's nur wisst. Dann ist ja alles in Ordnung. Mama, ist ja gut sie jetzt nicht so gemeint. Doch, genau so mein ich's. Du wirst dich jetzt sofort bei der Mama entschuldigen. Schrei meine Tochter nicht an. Schau lieber, dass du diesen, diesen Mist da entfernst. Sag was, Hansl. Sag was drauf. Das lass ich mir nicht gefallen. Joe, du hast die Wahl, deine Mutter oder ich? Das weiß ich nicht, oder ich? 56 carburen. Sag wie, wo du den Kopf imagenen? Scheiße will. Wer hat gehalten. Sag ist ja. isolate. Billy.